Grüezi miteinander. Heute sehen wir uns eine der ältesten Formen der direkten Demokratie überhaupt an. Die Landsgemeinde. Die Landsgemeinde war und ist die verfassungsmässige, unter feierlichem zeremoniell abgehaltene Versammlung der Stimmberechtigten. An dieser werden Behörden gewählt und über Sachgeschäfte abgestimmt. Diese spezielle Art der direkten Demokratie hat sich bis heute gehalten. In den Kantonen Glarus und Appenzell-Innerroden finden immer noch Landsgemeinden statt. Diese Versammlungen der Stimmberechtigten, über viele Jahrhunderte der Stimmberechtigten Männer sind schon seit Ewigkeiten Teil der Landorte. In der Zentralschweiz sind solche Landsgemeinden seit dem 13. Jahrhundert belegt. Das Phänomen der Landsgemeinden ist eine Deutschschweizer Erscheinung. Durch die Eroberungsfeldzüge im heutigen Tessin wurde diese Praxis aber auch in die italienischsprachige Schweiz exportiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo die Ursprünge dieser speziellen Form der direkten Demokratie liegen. Leider können wir das nicht mit Gewissheit sagen. Es gab Vermutungen, dass diese Form der Versammlungen ein direkter Nachfolger des germanischen Tins war. Das lässt sich aber weder belegen noch wirklich herleiten. Man geht heute davon aus, dass diese Versammlungen mit der Emanzipation vom Heiligen Römischen Reich und vor allem mit der Emanzipation von lokalen Landesherren einhergingen. Aus einfachen Gerichtstagungen wurden mit zunehmenden Kompetenzen und Befugnissen die Landsgemeinden, die wir heute noch kennen. Wer konnte an diesen Landsgemeinden überhaupt teilnehmen? Es waren die Landleute, die in Ehr und Wehr standen. Also die Wehrfähigkeit war eine Voraussetzung, um an der Landsgemeinde teilzunehmen. Der soziale Stand war grundsätzlich irrelevant. Das wehrfähige Alter konnte in gewissen Kantonen bereits mit dem 14. Lebensjahr erreicht werden. An den Landsgemeinden in Schwyz, Klarus oder Appenzell konnten bereits 16-jährige wehrfähige Männer teilnehmen. Die Nidwaldner Landsgemeinde verlangte für die Stimmfähigkeit bei Bluturteilen das zurückgelegte 20., später sogar das 30. Lebensjahr. Wir hatten in den einzelnen Kantonen also ganz verschiedene Bestimmungen und Voraussetzungen. Erstmals abgeschafft wurden die Landsgemeinden in der Helvetik, also mit dem ersten gesamtschweizerischen Nationalstaat von 1798. Mit der Mediationsverfassung von 1803 kehrte die Kompetenz zur Abhaltung von Landsgemeinden aber wieder an die Kantone. Mit dem Schweizer Bundesstaat 1848 begannen die Kantone Stück für Stück die Kompetenzen ihrer Landsgemeinden zu beschneiden. Das hatte ganz verschiedene Gründe. Erst einmal die Tatsache, dass durch einen Bundesstaat die kantonalen Kompetenzen kleiner wurden und die moderner werdende Gesellschaft andere demokratische Mittel entwickelte. Besonders stark und umfangreich blieben die Kompetenzen der Landsgemeinde vor allem in den Kantonen Uri und Appenzell-Innerroden. Im 19. und 20. Jahrhundert schafften verschiedene Kantone die Landsgemeinde vollständig ab. Zug und Schwyz 1848, Uri 1928. Nidwalden schaffte sie 1996 ab, ein Jahr später Appenzell-Ausserroden und noch ein Jahr später Obwalden. Heute existiert die Landsgemeinde, wie bereits zu Beginn erwähnt, nur noch in Glarus und Appenzell-Innerroden. Der Ablauf einer Landsgemeinde ist ein Mix aus Tradition und Moderne, wobei viele Elemente aus der Vergangenheit erhalten geblieben sind. Im Kanton Appenzell-Innerroden ist beispielsweise das sogenannte Seitengewehr noch heute ein gültiger Stimmrechtsausweis. Wer so ein Seitengewehr nicht besitzt, kann auch eine Stimmrechtskarte vorzeigen. Ich werde jetzt das jeweilige Zeremoniell nicht einfach herunterbeten, sondern auch zwei Beiträge in der Videobeschreibung verlinken. Dort findet ihr ausführliche Beiträge über die Landsgemeinden in Glarus und Appenzell-Innerroden. Beide übrigens in Standarddeutsch, also für alle verständlich. Die Abstimmungen bei einer Landsgemeinde erfolgen im offenen Handmeer. Das bedeutet, dass die Stimmberechtigten ihre farbigen Stimmrechtskarten, wie in Glarus, oder auch ihre bloßen Hände, wie in Appenzell-Innerroden, in die Höhe halten. Welches das grössere Meer ist, wird in Glarus vom Landermann bestimmt, in Zweifelsfällen mit den weiteren Mitgliedern der Regierung. In Appenzell-Innerroden läuft das jeweils ganz ähnlich. Wenn das Abschätzen jedoch nicht möglich ist, ordnet der Gemeindeführer die Auszählung der Stimmen an. Speziell ist auch, dass im Kanton Glarus 16-Jährige wahl- und stimmberechtigt sind. Übrigens als einziger Kanton der Schweiz. Das entschied die Klarner Landsgemeinde im Jahre 2007. Die Vorteile dieser Art der direkten Demokratie liegen auf der Hand. Es ist gelebte, spürbare Teilhabe. Und sie symbolisiert den Willen eines Kantonsvolkes, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Es gibt aber auch handfeste Nachteile. Die Abstimmungen oder Wahlen an einer Landsgemeinde sind nicht geheim. Jeder sieht, wofür oder wogegen sein Nachbar stimmt. Das kann unter anderem zu sozialem Druck führen. Weitere Nachteile sind die fehlende Transparenz und die fehlende Überprüfbarkeit. Es gibt keine genauen Ergebnisse, die im Nachhinein auch noch einmal kontrolliert werden könnten. Zudem ist die Landsgemeinde in bestimmten Situationen nicht zugänglich. Beispielsweise, wenn Stimmberechtigte an diesem Tag krank sind oder auf Reisen. Wer einen Schweizbesuch vielleicht einmal mit einer Landsgemeinde verbinden will, der kann das natürlich sehr gerne tun. Ich meine, in Glarnerland sieht es so aus und in Appenzell-Innerroden erwarten euch solche Landschaften. Wie lange es diese Landsgemeinden noch geben wird, das entscheiden die Menschen in Klarus und Appenzell-Innerroden. Ich denke aber, diese uralte Form der direkten Demokratie wird noch etwas bestehen bleiben. Und eigentlich wäre es ja auch schade, dieses Zeremoniell einfach verschwinden zu lassen. Daher haltet von mir aus ruhig noch etwas daran fest. An der einzigartigen Landsgemeinde. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.